Das ist ihre Kotze? Wie ist das ihre Kotze? Kleine Maus, bleibst du da? Okay, sie fährt nach unten oder nach oben? Leuchtet mal gemüssig, die stiegen runter, ne? Oh, da ist sie. Bye, have a great day. Jetzt mach doch den Alarm mal aus. Ja, ich weiß ja nicht wo. Oh. Oh. Oh nein. Ah. Oh nein. Alter, was ist denn mit den Mädchen falsch? Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Oh. Was gab's denn da zum Mittag, ey? Oh. Oh. Bist du noch auf YouTube aktiv? Nein, noch nicht. Äh, nicht wieder. Es kommen jetzt Highlight-Videos einmal die Woche. Wären richtig, richtig geile Videos. Tadaji, mein Mort hier im Chat, macht die Highlight-Videos. Die sind echt genial. Wir waren nie. Eine Familie. Wir werden das nie sein. Eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Komm, Lady, gib mir etwas Raum. Hi. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich hol da schon mal deine Windeln. Du hast sie nicht an? Ich hab die schon an. Da ist auch schon ein bisschen Pipi drin. Ich hoffe, ich hab euch öfters hier. Ihr versteht Herz-Spam. Smokey Army braucht da immer noch ein bisschen. Die machen immer ein Herz und ich sage Herz-Spam. Das haben sie noch nicht ganz verstanden. Oh nein. Hässiges Drecksvieh. Wow, Matrix-Moves. Oh nein. Falsche Taste. Egal. Hätte ich sowieso gebaut. Das Ding kann mich one-shotten. Nein. Sitz. Sitz. Platz. Super. Fein. Fein. Super macht er das. Bleib tot. Oh. 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 Vielleicht funktioniert er noch. Oh. 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 Das arme Kind wird bestimmt gemobbt. Ey. Das hat verdient, gemobbt zu werden, wenn er solche Dinge veranstaltet. Soll ich nicht... Geht's nicht hier links nochmal? Oh. Warte. Ich lauf schon im Kreis. Da lang muss ich. Oder? Nein. Das ist das falsche Da lang. Ah. Schiffe können so verwirrend sein. Das Spiel im Allgemeinen ist eher verwirrend. Smoky, es ist nicht verwirrend. Du bist nur zu dumm dazu. Ich weiß. Ja. Du hättest auch einmal die Leiter nehmen können. Oh. Ich brauch die Sicherung. Hochklettern, herabsteigen. Nein. Mach das doch nicht. Nein. Ich wollte doch ziehen. Oh. Bist du blöd. Vielleicht gar nicht so schlecht. Gut, dass ich super leise bin. So. Wir lassen das Team mal kurz zu mir vorbei gehen. Gute Nacht, Icebreaker. Schlaf schön. Wie sneaky. I am sneaky. Oh, falsche Taste. Sneaky, Smoky. Ah, das war dann nicht mehr. Oh. Okay. Sneaky ist vorbei. Sekig n Oh! Ah, das ist super! Das war ich mit der Zeit. Mach die Tür zu. Das könnte länger dauern. Okay. Ich komme da ja gar nicht hin. Oh, warte mal. Das ist gegengleich von da. Das ist so. Das ist mit blau oben. Und das ist mit diesem willenen Fleck. Oh. Ähm. Yo. Du's. Oh nein. Du. Tür zu. Bin ich da. Keiner zu Hause. Nein. Keiner da. Hat der mir geglaubt? Okay. Keiner da. Ist er weg? Hallo? Hallo? Nein. Ich will keine Staubsauger kaufen. Ah. Money. Keine Staubsauger. Ich will keine Staubsauger. Brauche ich nicht. Nein. Nein. Ich will auch nicht über Gott und die Welt sprechen. Oder mein Leben nach dem Tod. Ist mir egal. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ich habe hier meine Couch, meine Bilder und meinen Safe. Alles gut. Nein. Ich habe kein Geld. Nein. In meinem Safe ist nichts drin. Tut mir leid. Das ist leer. Dann habe ich gerade leer geräumt. Ja. Wirtschaftskrise und so. Wisst ihr. Ich habe leider kein Geld für sie. Gehen sie weg. Darf ich jetzt aus meinem Raum raus? Outplayed. Motherfucker. Outplayed. Hast du einen Chat extern? Was? Äh. Was? Okay. Begin. Ja. Ja. Keine Hoffnung. Oh nein. Oh nein. Okay. Maschinengewehr. Was wollen wir? Ein Maschinengewehr. Wann wollen wir es? Jetzt. Das war oben. Ja. Oh oh. Nein. 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 Ich habe jetzt ein Maschinengewehr. Scheiß wie. Das ist gar nichts. Das ist meine Schuld. Ich glaube es hakt hier. Kleines Mädchen. Respekt zum Alter. Oh nein. Ich gehe ein Stückchen zurück. Fünf Minuten nach der Dosis. Fünf Minuten nach der Dosis. Zehn Minuten nach der Dosis. Zwölf Minuten nach der Dosis. What the fuck? Okay. Alter. Lauf. Vergiss mich einfach. Lauf. Oh nein. Oh ein fetter. Meer. Oh mein Gott. 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 You've got to be kidding me Okay Circa so Wenn das schief geht bin ich tot Alter das Piepen ist anstrengend Mami ich hab so Angst Oh nein sie kommen sie werden mich töten Mehehehehe 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 Auch heute Lull Was? Oh nein You've got to be kidding me Weißt du es braucht Wenn ich jetzt überlebe ne Die muss mich umbringen Ja danke Weißt du es braucht ein Biss von so einem Drecksmonster Aber 50 Granaten um mich umzubringen Oh Lauf 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 Ja 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 Oh Oh E001 Oh Jetzt verstehe ich das Was Die Oma Warte Mia ist die Oma Ah nicht Mia Evelyn ist die Oma Die hat zwei Gestalten Kann das sein? Das erklärt das Ding und die Die Oma Wow Mein Fuck Wow Ist das echt? Nein nein Hologram Aber das Hologram kann wehtun Doch 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 So Steck sie im Arm Komm Wow Ich dachte, es ist vorbei. Oh mein Gott. Was willst du von mir? Alter, es ist mir auch egal. Ist es tot? Das fand ich in einem Errungenschaften. Ja geht's und deswegen experimentiert man nicht mit Biowaffen. What a game. Geil. 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 Geil.